Da sparsen wir hier die Angel aus. Guck mal, das haben wir bisher noch nicht gesehen heute Morgen. Ja, vielleicht darf aber nicht da jeder angeln. Ja, schöne Fische. Ja, wir müssen mal genauer angucken, ob es sich lohnt, die Angel auszuwerfen. Gemeinschaftsgarten, Gesundheit, wir kommen in den Landschaftsgarten, Hermitage. Karussellplatz, guck mal, es gibt Karussell hier. Ja, wie schön. Und da unten ist das oben. Ja, nochmal, Gesundheit. Ja, ja, hier sieht eine Nieserei mit euch. Na, guck mal, da wäre auch noch Barplatz gewesen. Allerdings auch voll. Aber da an der Seite kann man auch noch parken. Beim nächsten Mal. Da sieht man gar nicht so, dass es da Parkfest gibt. Guck mal, das ist groß hier. Ob wir jetzt alles heute ablaufen können, ist praktisch. Wir haben hier zwei Füße. Ja, wenn wir es immer hungrig haben, kann man auch so ein paar Forellen auszuwerfen. Die sollen die Angel mitnehmen. Und wir haben jetzt doch was zu Geldes. Und den Einweggrill. Da habe ich nur noch einen Teller auf dem Einweggrill. Da eignet sich bestimmt auch zum Forellenbraten. Bei Forellen passen da gut drauf. Und den Einweggrill. Und den Einweggrill. Und den Einweggrill. Und jetzt Schloss Mittwoch und Sonntag. 11 bis 17 Uhr. Von Ostersonntag bis 31. Oktober. Es ist geschlossen. Nein, das stand gestern. Ja, aber ab Ostersonntag bis 31. Oktober. Hier. Na komm, wir gucken trotzdem mal. Magst du jetzt auch schon Ostern? Wo ich gestern nachgegangen habe, habe ich gesagt, dass der Schloss Mittwoch und Sonntag noch öffnet. Was gibt es denn da unten drunter? Ja, glaublich im Mechernetz. Alles darf man im Internet auch nicht glauben. Das ist eigentlich noch Winter, also wir sind jetzt vor 20 Grad geworden, und eigentlich wird es hier ein Feldrad machen. Das ist ja herrlich. Das ist ein fächer, das wir in dem Weckente mehr haben. Ja, ich weiß, wir müssen nochmal wiederkommen. Das war Ostern, da ist Annika auch da. Ab Ostersonntag macht's auf. Ja, hier steht's, Mittwoch und Sonntag, jetzt sind bis 17 Uhr. Ja, das ehemalige Bauernhausspiele in Singen, ok, naja, natürlich, man kann doch am Schloss herumlaufen, da ist ein Rundweg, aber... Ja, man kann ja mal da langlaufen, da kann man ja nicht gehen. Nein, das ist geschlossen. Aber es wäre schon was für Ostersonntag. Jetzt können wir da langlaufen und gucken. Und dann gehen wir noch Eis essen. Wenn ihr runter zum Fisch war, ja, natürlich. Dann können wir noch Eis essen. Du musst noch weniger essen, Schatz. Du, zu doch mal weniger saufen. Ich hab doch eigentlich getrunken heute. Ja, gestern genügend. Aber wo können wir denn Eis essen? Da unten gibt's doch keine Eizschule. Dann gehen wir nach Hörach, zu Mona Lisa, in die Stadt rein. Ja. Ja. Jawoll. Ja, genau. Eine Überraschungstitel. Ich bin mal ja erstmal da und laufen da unten. Ja, und du bist schon wieder weg. Eis die Lemo. Alles heim. Das ist doch erst gekommen. Das kostet dich. Das kostet dich. Das kostet dich Rumäniengebühren. D, mit dem Ausland. Nein. Roaming. Roaming die Hüren. Hör wir euch mal auf das Loch von außen ein. Aber der sieht nie schlecht aus, he? Mit Turm. Mit dem Turm kann man sogar besteigen. Mama! 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 Ball partout los! Da geht sie eben noch mal runter. Doch, der geht an den Weg, guck mal. Ah, guck mal, da ist die Hochzeit. Ja, das war heute dann, das hat er nicht verbreitet. Das war nur die Hauptschäufe. Dann sollte ich noch mal das Gesicht angesehen. Aber ich brachte die Hesse. Das ist eine Star-Kart. Das ist ein Zeug. Eine Ursache, in diesem Jahr. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Er ist ein Zeug. Ich habe das. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017